Herzlich willkommen zu unserem Webinar Prima Kapitalaufbau Total Return. Der Fondsmanager-Dialog heute mit Markus Kaiser, unserem Fondsmanager für unser ETF-Dachportfolio. Mein Name ist Jan-Peter Schott. Ich werde Sie heute als Moderator durch diese Veranstaltung begleiten. Zunächst ein kleines Entree geben von Seiten der Prima und hinten raus dann noch ein Stück weit Marketing, eine Zusammenfassung machen. Und ganz am Ende kommen wir dann auch zur Fragerunde. Und dazu gleich vorab möchte ich Sie bitten, die Fragen einfach rechts in das Chatfenster einzutragen. Ich werde die Fragen dann sammeln und am Ende der Veranstaltung direkt dem Markus Kaiser stellen, beziehungsweise wenn die Fragen sich dann eher auf die Prima beziehen, diese Fragen direkt selber beantworten. Gut, der eine oder andere wird jetzt noch neu eingestiegen sein. Noch einmal von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Fondsmanager-Dialog heute mit Markus Kaiser von Grife Capital Management AG, unserem Fondsmanager für den Prima Kapitalaufbau Total Return, unser ETF-Dachfondsmandat. Damit steigen wir dann ein in die Präsentation und das ist die Agenda, die wir Ihnen mitgebracht haben. Zunächst ein, zwei Worte über die Prima-Fonds. Das werde ich übernehmen. Ich werde Ihnen kurz unsere Gesellschaft nochmal vorstellen. Dem einen oder anderen wird sie ja schon bekannt sein. Dann wird Markus Kaiser einsteigen, über die Grife Capital Management AG sprechen, den Fonds, die Prinzipien des aktiven Managements mit ETFs Ihnen vorstellen. Da geht es natürlich dann um die Thematik Risikostreuung, warum ETFs kostengünstig sind. Es gibt mittlerweile viele nachhaltige ETFs am Markt und Sie kennen ja auch unsere Philosophie, die unsere Idee von der Prima, dass wir grundsätzlich nachhaltige Investoren sind. So auch unser ETF-Mandat, ein nachhaltiges Mandat. Rebalancing, Risikobegrenzung, das sind dann die großen Punkte, wie das Mandat gemanagt wird. Und wir gucken uns natürlich dann noch das Mandat im Einzelnen an die Allokationen und das Portfolio des Fonds. Und dann gehen wir nochmal tiefer in das Thema ESG rein. Da wird der Markus Kaiser Ihnen noch zeigen, wie wir genau aufgestellt sind vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Dann kommen wir nochmal zu einer Art Zusammenfassung, was der Prima-Kapitalaufbau Total Return Ihnen bieten kann. Ich werde dann auch nochmal ein Stück weit mit Ihnen die Performance angucken von unserem Mandat und am Ende das Fazit ziehen und wie sonst auch in meinen Vorträgen kein Vortrag ohne Bäume. Ich bin ja von Haus aus Diplom-Forswirt, deshalb auch das Thema Nachhaltigkeit bei uns bei der Prima ganz prominent gesetzt. Da lassen Sie sich ein Stück weit überraschen. Und dann übergebe ich jetzt auch schon an den, ach so Entschuldigung, jetzt war ich einen kleinen Schritt zu schnell. Markus, jetzt wollte ich dir schon übergeben. Natürlich noch das Thema Prima-Funks vorstellen. Ja, unser Motto bei der Prima-Funks ist investieren, nicht spekulieren. Das ist das Motto, mit dem wir am Markt sind. Wir sind eine kleine, aber feine Investmentfonds-Poutique. Wir haben qualitativ hochwertige Investmentfonds. Und unsere Logik ist es im Grunde genommen, dass wir nicht direkt den einzelnen Fondsmanager bei uns im Haus angestellt haben, sondern wir mandatieren Fondsmanager für unsere Mandate. Und hier haben Sie jetzt schon den Markus Kaiser mit seinem Team, beziehungsweise hier nochmal den Slide zurück. Das sind die verschiedenen Fonds, die wir haben. Ein Value-Fonds, Frank Fischer, EFI Lusch, Shareholder Value Management ist Ihnen sicherlich bekannt. Risiko-Klasse 5, Risiko-Klasse 6, dann von Dr. Leber gemanagt unser Flaggschiff-Fonds, unser Prima Global Challenges, der Prima Zukunft. Ebenfalls von Dr. Leber gemanagt auch Risiko-Klasse 6. Und dann kommt der ergänzend der Prima-Kapitalaufbau, Total Return, Risiko-Klasse 4 durch Markus Kaiser, Greif Capital Management. Und eben waren wir schon einmal vorgesprungen, das machen wir jetzt wieder. Hiermit übergebe ich dann an den Markus Kaiser. Bitteschön. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank, Jan-Peter, für die Einleitung. Ich kann mich da nur anschließen, investieren statt spekulieren. Auch das ein fantastisches Motto, was absolut auch zur Greif Capital passt. Ganz kurz zu meiner Vorstellung. Seit mehr als 20 Jahren inzwischen setze ich ETFs in verschiedenen Publikumsfonds, Spezialfonds für institutionelle Anleger, aber auch im Rahmen von Vermögensverwaltungen ein. Viele von Ihnen kennen mich bestimmt als den sogenannten ETF-Pionier. Hier habe ich doch 2007 den ersten ETF-Dachfonds in Deutschland, damals noch als Geschäftsführer der Veritas Investment, auf den Markt gebracht. Wer hätte gedacht, dass sich aus diesem kleinen Segment der ETFs doch ein so großer Markt entwickelt wie in den letzten Jahren. Ja, in der Tat, ich habe daran geglaubt und vor dem Hintergrund dieses Thema auch immer weiter verfolgt. Das mache ich aber nicht alleine, sondern seit vielen Jahren arbeite ich zusammen mit meinem Kollegen Andreas Kraus. Wir sind zusammen nicht nur ein erfahrenes Team, sondern wir stehen eben auch für Kontinuität. Und das ist ja gerade auch in den heutigen Zeiten von hoher Bedeutung. Zahlreiche Presseberichte und Auszeichnungen zeigen, dass unsere Meinung als Experten auch immer wieder gefragt ist. Ja, ganz kurz auch ein paar Worte zur Greif Capital Management. Die Gesellschaft selbst 2005 von Volker Schilling und Edgar Mitternacht im schönen Freiburg im Breisgau gegründet. Heute verwaltet die Gesellschaft mit 22 Mitarbeitern mehr als 1,2 Milliarden, vornehmlich für professionelle Kunden. Neben dem eigenen Asset Management bietet die Greif über die Partner Lounge auch die Zusammenarbeit mit externen Fondsberatern und Managern an. Die dritte Säule der Gesellschaft bildet die Fondsanalyse. Sicherlich haben Sie da auch schon öfter von gehört. Auf der einen Seite gibt es die Publikation den Fondsanalysten, die die Kollegen in Freiburg immer wieder herausgeben. Und auch die Zeitschrift Kapital veröffentlicht regelmäßig die sogenannte Fondsstudie. Ja, soweit der offizielle Teil. Und jetzt steigen wir ein in unsere Prinzipien für aktives Management. Unser Anlageuniversum beim Prima-Kapitalaufbau Total Return ist global ausgerichtet. Das sorgt per se schon für Diversifikation. Die Allokation wird dynamisch gesteuert. Wir sind also alles andere als passiv, auch wenn wir passive Instrumente einsetzen. Wichtig im Rahmen der dynamischen Allokation ist uns die Risikobegrenzung. Das Ganze steuern wir, das ist meine Philosophie seit vielen, vielen Jahren, über regelbasierte Investmentprozesse. Das heißt, Entscheidungen werden nicht aus dem Bauch heraus getroffen, sondern es gibt ein klares Regelwerk, nach dem die Entscheidungen Woche für Woche, die Allokationen entsprechend angepasst werden. Ja, und für das Ganze nutzen wir effiziente Anlageinstrumente, die sogenannten ETFs. Beim Prima-Kapitalaufbau Total Return steht die Partizipation an den Erträgen der Weltwirtschaft im Mittelpunkt. Dazu, ich habe es erwähnt, eine weltweite Risikostreuung, das ist die Grundlage. Wir investieren also nicht nur in den Industrieländern, sondern auch in den Schwellenländern. Wir setzen kostengünstige ETFs ein. Jan-Peter Schott hat es anfangs erwähnt. Inzwischen eben gibt es eine Vielzahl von ETFs, die sich an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten und genau die sind bei uns im Fokus. Ein regelmäßiges Rebalancing sorgt für Stabilität im Portfolio. Ja, und die Risikobegrenzung, ich werde gleich noch im Detail auf das Thema eingehen, ist für uns gesetzt, denn der Fonds verfolgt die Risikoklasse 4. Das heißt, die Schwankungen sollten dann auch etwas geringer langfristig ausfallen als die Marktschwankungen. Kommen wir zur weltweiten Risikostreuung. Was verstehen wir darunter? Nun, die strategische Gewichtung der Aktienmärkte wird weltweit an der realen Wirtschaftsleistung ausgerichtet. Wir investieren also nicht oder gewichten das Portfolio nicht nach der Marktkapitalisierung. Ich habe Ihnen hier mal die Zahlen zusammengestellt. Nach Marktkapitalisierung hat Nordamerika inzwischen einen Anteil von 66%. Mehr oder weniger ist der globale Aktienmarkt, wenn man diese Indizes, MSCI World und so weiter sich anschaut, die sind Nordamerika mit ein bisschen Anhängsel. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man auch in solche Produkte investiert. Wir verfolgen einen anderen Ansatz mit der Ausrichtung an der Wirtschaftsleistung. Die wird gemessen an den Bruttoinlandsprodukten der jeweiligen Länder und Regionen. Wir bilden dann ein weltweites Bruttoinlandsprodukt und schauen, wie groß ist der Anteil der jeweiligen Region. Und da kommt es natürlich gerade auch für die Zukunft darauf an, welches Wirtschaftswachstum wird in den jeweiligen Ländern und Regionen auch erzielt. Und dadurch können sich natürlich Anteile auch verändern. Ja, und wie man sieht, ist die Gewichtung nach dem GDP eben deutlich ausgewogener. Der Anteil Nordamerikas ist geringer. Dafür haben die Schwellenländer eine höhere Bedeutung. Performance-technisch in diesem Jahr nicht unbedingt die glücklichste Entscheidung, aber langfristig bieten die Schwellenländer erhebliche Möglichkeiten. Und wer eben nach Marktkapitalisierung ausschließlich anlegt, ist hier deutlich unterrepräsentiert in diesem Segment. Daher eben dieser grundlegende Ansatz. Ja, die ETFs habe ich angesprochen. Sie haben natürlich den Ruf, kostengünstig zu sein, völlig zu Recht. So ein ETF ist passiv gemanagt. Er bildet einfach nur die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Das ist seine einzige Aufgabe. Hier ist kein Fondsmanager, der Entscheidungen trifft, ob Titel nun über- oder untergewichtet werden, ob Titel in einem Index enthalten sind. Das ist im Prinzip das Prozedere des Index. Das heißt, wenn ein Titel im Index ausgetauscht wird, dann wird er eben auch in dem zugrunde liegenden ETF sich nicht mehr wiederfinden oder eben als eine Neuaufnahme auch in diesen ETF hineingenommen. Man sieht es an der Wertentwicklung hier am Beispiel des DAX und eines DAX-ETFs nahezu hundertprozentiger Gleichlauf. Also das ist aus unserer Sicht eben eine Stärke der ETFs. Sie sind enorm effizient. Sie sind jederzeit einschätzbar. So wie sich der Markt entwickelt, entwickelt sich auch der zugrunde liegende ETF. Sie bieten eine Risikostreuung je nach Index. Beim DAX sind es ja inzwischen 40 Titel, nicht mehr die ursprünglichen 30. Aber es gibt natürlich auch viel, viel breiter aufgestellte Indizes, die mehrere hundert Titel enthalten. Also eine Risikostreuung per se ist schon gegeben. Ja, und ein großer Vorteil von ETFs, den wir sehr zu schätzen wissen, ist, dass sie eben flexibel handelbar sind. Ich habe über die Börsen, über den Börsenhandel jederzeit die Möglichkeit, kurzfristig in Positionen einzusteigen oder auch wieder zu verkaufen. Nun, was sind die Kriterien, wenn es darum geht, ETFs auszuwählen? Inzwischen gibt es ja mehr als 1000 ETFs am Markt. Also ist es nicht mehr ganz so trivial, jetzt einfach mal einen ETF sich herauszusuchen, sondern man muss da schon auf gewisse Kriterien achten. Und vor allen Dingen gibt es ja auch eine Vielzahl von Indizes, die den entsprechenden ETFs zugrunde liegen. Das ist natürlich eine wichtige Entscheidung, mit der man sich grundsätzlich auseinandersetzen muss, in welchen Index, in welche Anlageklasse investiere ich eigentlich. Was für uns im praktischen Handel sehr, sehr wichtig ist, ist das grundsätzliche Handelsvolumen und die Spreads. Wenn ein ETF an der Börse gehandelt wird, gibt es ja immer die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Das ist bei sehr liquiden ETFs sehr, sehr eng. Bei weniger liquiden ETFs kann das schon mal bis zu ein, zwei Prozent ausmachen. Und gerade da sollte man dann vorsichtig sein, wenn man unlimitiert in eine solche Position geht oder aber dringend auch verkaufen möchte. Daher ist das für uns ein Qualitätsmerkmal, darauf zu achten, dass wir ein kontinuierliches Handelsvolumen auch vorfinden und vor allen Dingen stabile Spreads, dass wir einschätzen können, auch wenn es mal etwas rumpelig wird an der Börse, dass wir jederzeit eben auch hier auf ausreichende Stücke zurückgreifen können. Ja, die Währung, das spielt grundsätzlich natürlich bei Anlageentscheidungen immer auch eine Rolle, sollte man im Hinterkopf behalten. Es gibt natürlich ETFs, die sind dann auch oder die bieten auch Absicherungen, also gehätschte Anteilsklassen oder aber eben die direkte Fremdwährung, die dann entsprechenden Einfluss natürlich auch hat auf die entsprechende Wertentwicklung, dass immer ein Kriterium, was zugrunde gelegt werden muss. Wichtig im Handel von ETFs ist auch das Premium, die Premium und Discount zum NAV. Das heißt, je nachdem, wie die Marktstimmung auch sich gerade ergibt, also wie viel Nachfrage oder wie viel Angebot im Markt ist für einen entsprechenden ETF, kann es durchaus mal zu Abweichungen auch zu dem eigentlichen Net Asset Value, also dem Fondpreis kommen. Es kann sein, dass man mal einen Aufschlag bezahlen muss oder aber, dass man eben Stücke doch mit einem Discount zu seinem Fondpreis bekommen kann. Daraus ergeben sich natürlich auch entsprechende Chancen. Sie sehen schon, es ist eben nicht ganz so trivial, wie es sich oft anhört. Jetzt nehme ich einfach mal einen ETF. Man muss da schon genauer hinschauen. Das sind natürlich Möglichkeiten, die wir als institutionelle Investoren auch haben, die vielen Privatanlegern so nicht zur Verfügung stehen. Ja, das Fondvolumen spielt für uns eine Rolle. Die Fondkosten natürlich auch in dem Kontext, wobei man grundsätzlich sagen muss, aufgrund des großen Wettbewerbs haben sich die Fondkosten in den letzten Jahren sehr, sehr positiv entwickelt, positiv im Sinne der Anleger. Sie sind nämlich immer günstiger geworden, die ETFs, und das wird sich auch wahrscheinlich noch weiter fortsetzen. Wir achten darauf, dass wir eine breite Streuung auch über die ETF-Anbieter haben. Wir sind ja keinem Anbieter gegenüber verpflichtet. Ganz im Gegenteil, wir sind unabhängig. Und ja, wenn man handelt, sollte man sich etwas auch an den Handelszeiten der jeweiligen Märkte ausrichten, Asien, Europa, Amerika. Es macht halt mehr Sinn, auch wenn man in den US-Markt investieren möchte, dann zu investieren. Wenn der Markt auch offen ist, dann sind natürlich die entsprechenden Preisstellungen auch deutlich besser. Über allem oder unter allem steht das Thema Nachhaltigkeit. Ich hatte es erwähnt. Das ist für uns ein gesetzter Filter bei dem Prima-Kapitalaufbau-Tuttle-Return, dass wir ausschließlich in ETFs investieren wollen, die entsprechend nach Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet sind beziehungsweise hohe Nachhaltigkeitsscores ausweisen. Das Thema nachhaltige Indexanlagen ist keine Eintagsfliege. Wenn man sich die Entwicklung anschaut oder auch die Prognosen für die Zukunft, ich habe hier mal eine Studie mitgebracht, dann zeigt sich, dass wir noch fast am Anfang stehen momentan. Die Erwartung ist, dass wir eine deutliche Steigerung der Anlagen in diesem Bereich sehen werden in den nächsten zehn Jahren. Und es zeigt sich schon in diesem Jahr, dass viele institutionelle Anleger inzwischen eben auch umdenken. Wir haben erneut ein Rekordjahr bei den ETFs. Die verzeichnen 2021 seit Jahresbeginn 150 Milliarden an Zuflüssen. Davon sind aber mehr als 50 Prozent, die in nachhaltigen ETFs investiert wurden. Das ist schon ein deutliches Zeichen. Nachhaltige ETFs stehen bei den Anlegern im Fokus. Ja, und da wundert es einen dann kaum, dass natürlich die starke Nachfrage möglicherweise auch zu Outperformance führt. Denn es ist ein starker Geldfluss, der eben genau in diese Produkte auch einfließt. Und ich habe hier mal verglichen, in den MSCI World SRI, also nach Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteten MSCI World Index gegenüber dem klassischen MSCI World. Und Sie sehen seit der Corona-Krise im April 2020 doch eine starke Outperformance des Nachhaltigkeit Index, von dem wir darüber hinaus auch profitieren können mit unserem Ansatz. Kommen wir zum dritten Punkt der Anlagestrategie oder des Bestandteils der Anlagestrategie. Das ist das Rebalancing. Ein grundsätzliches Rebalancing in einem Portfolio sorgt einfach für eine Risikokontrolle und Disziplin im Portfolio, steigt in diesem Beispiel, ich habe es mal ganz einfach gemacht, die Gewichtung in den Industrieländern von den 65 Prozent, die sie heute ausmachen, aufgrund positiver Marktentwicklungen auf 75 Prozent. Ja, dann heißt es, das Ganze wieder in die Balance zurückzubringen. Man würde also in diesem Fall Gewinnmitnahmen bei Positionen fahren, die in solchen Hochphasen stark gestiegen sind, würde hier 10 Prozent verkaufen und diese 10 Prozent wiederum in diesem Beispiel in den Schwellenländern, deren Gewichtung im Beispiel von 35 auf 25 Prozent sich reduziert hat, hier investieren. Also einen günstigen Einkauf von Positionen, die im Vergleich eben zurückgeblieben sind. Und so komme ich wieder auf das gleiche Risikoprofil wie eben zu Beginn. Das ist etwas, was bei uns in den Investmentprozessen mit eingebaut ist, regelmäßig diese Positionen, diese Gewichtungen entsprechend auch anzupassen, damit man nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Ja, und der vierte Punkt, und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Anlagestrategie, Anlagestrategie, das ist die Risikobegrenzung. Ich habe mal versucht, das hier schematisch sehr einfach darzustellen. Ja, grundsätzlich ist bei uns für die Entscheidung, ob wir in Märkte investieren, die sogenannten Trendfolgeindikatoren, die die Grundlage, aus denen wir ableiten, ob wir uns in einem Aufwärtstrend bewegen oder aber in einem Abwärtstrend, wo wir eben möglichst nicht oder nur gering in entsprechenden Marktsegmenten investiert sein wollen. Bis hin zu gewissen Punkten, wo wir zu Extremsituationen in den Märkten kommen. Und 2020 im letzten Jahr, das war eine solche Situation. Die Märkte sind ja innerhalb kürzester Zeit so extrem abverkauft worden, dass sie völlig überverkauft waren. Viele haben damals gesagt, eine einmalige Chance. Ja, und wer sich heute die Kursentwicklungen anschaut, der kann das bestätigen. Es war eine einmalige Chance, hier in dieser Situation zu investieren. Ein klassischer Trendfolger, der braucht relativ lang, bis er dann wieder in den Markt kommt. Und genau deswegen haben wir bei uns antizyklische Bewertungen mit einfließen lassen. Das heißt, wir schauen, ob einzelne Märkte stark überverkauft sind und würden hier eben, obwohl der Abwärtstrend noch besteht, bereits in solchen Extremsituationen, Positionen aufbauen. Und genauso heißt es aber eben auch einmal, das Risiko zu reduzieren, wenn die Märkte stark überkauft sind, weil das Risiko von Kursreaktionen, von Kurskorrekturen dann kontinuierlich steigt. Also wir schauen quasi in zwei Richtungen. Das Ganze hier nochmal verdeutlicht an einem entsprechenden Chart. Wir haben dazu sogenannte Signalbänder, Risikobänder gebildet, die um die 200-Tages-Linie, die sehen Sie hier in schwarz, in der Mitte herumgelegt werden. Also wir messen quasi Abstände zu der 200-Tages-Linie. Und wenn wir hier auf Extrempositionen kommen, wie in diesem Beispiel, wo der Markt sehr, sehr stark angestiegen ist, diese obere Begrenzung entsprechend touchiert, dann heißt es, verkauf einen Teil antizyklisch. Man bleibt weiter investiert, aber eben nicht mehr mit vollem Risiko und nimmt erst weiteres Risiko quasi aus dem Markt, wenn sich prozyklisch, also trendfolgend mit dem nachhaltigen Bruch, das ist dann eine engere Linie an der 200-Tages-Linie herum, eben auch ein Verkaufssignal ergibt. Ja, und im Zyklus genau umgekehrt, wenn es eben zu einem zu starken Abverkauf kommt, genau dann ist es interessant, mutig zu sein und antizyklisch zu kaufen, nicht gleich zu 100% im Markt zu sein, aber einfach mit einem Fuß in der Tür dabei zu sein, erste Positionen aufzubauen, der antizyklische Kauf, bevor letztlich dann prozyklisch eine Bestätigung kommt. Also das ist so der Zyklus, den wir verfolgen und aus unserer Sicht ist das eben auch eine einzigartige Kombination aus Pro- und Antizyklik, die uns so aus dem Markt auch nicht bekannt ist. Es gibt Vertreter, die sehr, sehr antizyklisch investieren und dann gibt es Vertreter, die sehr, sehr prozyklisch investieren und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, beides zu kombinieren. Ja, schaut man sich das dann noch mal am Beispiel eines globalen Aktien-ETFs an, dann sieht man, wie stark doch die globalen Aktien seit der Corona-Krise hier auf Rekordniveaus gestiegen sind und über eine solche Strategie, wie gerade eben dargestellt, zeigt sich eben, dass ich aufgrund der Risikobegrenzung in einer solchen Situation eben nicht den gesamten Abwärts-Move mitmachen muss gleichzeitig, aber natürlich auch nicht am Tiefpunkt schon wieder zu 100% investiert bin, sondern sukzessive wieder in den Markt kommen, in diesem Fall relativ schnell antizyklisch und dann eben bei Bestätigung prozyklisch über eine lange Periode mit voller Investitionsquote. Ja, und Sie sehen es zuletzt, waren wir doch vielleicht etwas zu gierig geworden im Markt und dementsprechend eine leichte Übertreibung, die wir ausgemacht hatten zuletzt, woraufhin etwas reduziert wurde, wobei der übergeordnete Trend immer noch intakt ist. Ja, und das Ganze spiegelt sich dann quasi wieder in der taktischen Allokation, auch hier einmal der Überblick mit den entsprechenden Bewertungen auf regionaler Ebene, was die Aktienmärkte angeht, Nordamerika, Europa, der Bereich Asien-Pazifik inklusive Japan und eben die Schwellenländer Asiens, Lateinamerika, Osteuropa und der Mittlere Osten inklusive Afrika. Und Sie sehen es in den Industrieländern übergeordnet nach wie vor ein positiver Trend. Wir haben Risiko ausgemacht, Kurskorrekturrisiko für die nordamerikanischen Aktienmärkte, deswegen diese nicht mehr vollumfänglich gewichtet, etwas reduziert. Europa, Japan, Asien, Pazifik sind die Trends soweit in Ordnung. Das hat sich ja jetzt auch gerade gestern nach den leichten Turbulenzen in der letzten Woche doch relativ schnell wieder erholt. Also es ist unterm Strich noch nicht viel angebrannt. Die Schwellenländer tun sich in der Tat in diesem Jahr sehr schwer, deswegen die Ampel hier. Ja, die Ampel ist ja auch modern. Gerade eben habe ich auf dem Ticker gehört, Olaf Scholz jetzt dann als Kanzler eben auch bestätigt. Ja, nun haben wir die Ampel. Wir haben sie schon lange hier in unseren Strategien und über die Farben wird es eben auch sehr deutlich Schwellenländer gemischt. Gelb, also kein Vollgas und das Risiko ist nach wie vor da, weil einzelne Märkte, insbesondere China, eben zuletzt auch deutlich geschwächelt haben und hier noch Abwärtsrisiken bestehen. Für die Anleihenmärkte immer nachgelagert letztlich auch investiert werden. Ja, auf dem Niveau, Zinsniveau, das wir haben, können wir hier kein Grün mehr ausloben, denn die Risiken steigen natürlich zunehmend, insbesondere vor dem Hintergrund der Inflationszahlen sind wir inzwischen ja bei Anleihen, ja bei deutlich negativer Realverzinsung. Von daher, wir sind hier sehr in kurzfristigen Anleihen, Unternehmensanleihen ausgerichtet. Da geht es eher darum, über Anleihen einen Stabilitätsfaktor im Portfolio zu haben, weniger darum, hiermit nachhaltige Rendite zu erzielen. Aber das Ganze eben auch mit nachhaltig ausgerichteten ETFs. Und hier habe ich Sie mal alle im Überblick. Keine Sorge, wir gehen es nicht im Einzelnen durch. Aber damit Sie mal so einen Überblick haben, auch wie viele Titel jeweils so im Index enthalten sind, Sie sehen eine sehr, sehr breite Risikostreuung tatsächlich gegeben über den Einsatz von ETFs, die eben ja über die unterschiedlichsten Ausrichtungen mehrere hundert Einzelpositionen auch enthalten können. Momentan haben wir tatsächlich im Portfolio ausschließlich physisch replizierende ETFs, keine synthetisch abbildenden ETFs. Das ist aber für uns kein Grundprinzip. Wir setzen immer auf den effizientesten ETF für ein jeweiliges Marktsegment. Und da kommen gegebenenfalls auch synthetische ETFs zum Einsatz. Ja, neben regionalen ETFs, sei vielleicht noch erwähnt, kommt auch der eine oder andere Sektor ETF zum Einsatz, hier beispielsweise mit Clean Energy oder Hydrogen oder auch Digital Economic. Also das ganze Thema der Digitalisierung, was abgebildet wird. Darüber hinaus ganz klassische regionale ETFs, MSCI Europe, MSCI Pacific, jeweils eben auch mit den SRI-Ausprägungen der Indizes. Ja, und zur Stabilität des Aktienportfolios setzen wir bewusst auch auf sogenannte Minimum Volatility Indizes, die ebenfalls auch nach Nachhaltigkeitskriterien konstruiert wurden. Diese sind darauf ausgerichtet, eben ein Marktsegment unter geringeren Schwankungen abzubilden. Sie haben im Übrigen die Übersicht der einzelnen ETFs auch regelmäßig natürlich auf dem Factsheet, sodass Sie das jederzeit auch nachvollziehen können, was wir jeweils im Einsatz haben. Ja, zum Abschluss noch ein Blick. Der Fonds ist ja momentan noch nicht als nachhaltiger Fonds klassifiziert. Da wird Jan-Peter Schott sicherlich gleich auch noch etwas dazu sagen können. Aber aufgrund unserer Ausrichtung eben bewusst ETFs auszuwählen, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, haben wir mal eine Auswertung gefahren auf der Basis von MSCI ESG Research. Und Sie sehen, wir haben einen sehr hohen ESG Quality Score heute schon, bewegen uns hier wirklich auch in der Top-Gruppe im Vergleich zu vielen anderen Fonds in der Peer-Gruppe und erfüllen im Prinzip damit eben entsprechende Kriterien eines nachhaltigen Ansatzes. Das Ganze habe ich mir auch nochmal angeschaut auf morningstarfonds.de. Das ist ja auch öffentlich zugänglich. Hier bekommen wir momentan eben auch die fünf Globen bei dem Nachhaltigkeitsrating, Sustainability rating. Soweit ich weiß, ist das auch die maximale Zahl. Also auch hier sind die entsprechenden Voraussetzungen gegeben, das Produkt doch auch unter diesem Aspekt darzustellen. Ja, ich fasse zusammen. Der Prima-Kapitalaufbau Total Return bietet Ihnen eine Partizipation an der Weltwirtschaft über ein weltweit gestreutes Portfolio. Sie bekommen das Ganze zusammengestellt von einem erfahrenen Portfolio-Management-Team, das für Sie und Ihre Kunden auch die Risikobegrenzung und die Auswahl der ETFs übernimmt. Das Ganze über eine regelbasierte Anlagestrategie, kostengünstige ETFs, also auch dieses Thema, was ja immer mehr Anleger auch nachfragen, aktiv nachfragen, dass sie in ETFs investieren wollen, können Sie über dieses Produkt abbilden. Ja, und wenn all das erfüllt ist, dann sollte das doch die beste Voraussetzung sein, nicht nur von der Nachhaltigkeit langfristig zu profitieren, sondern eben auch die Renditeziele, die langfristige Vermögenssteigerung für die Kunden zu erzielen. So, Jan-Peter, du bist wieder im Bild und ich übergebe ein, ein Schlusswort habe ich noch. Genau, Mensch, hätte ich fast vergessen. Zitiert man doch sehr gerne Benjamin Graham, ihn vielleicht bekannt, das war ja der Vater des Value Investments und er hat mal ganz schlau gesagt, wenn die Verluste minimiert werden, erzeugen durchschnittliche Gewinne überdurchschnittliche Ergebnisse. Und ich glaube, das ist genau das Motto, was wir im Prinzip auch mit dem Prima Kapitalaufbau Total Return erzielen wollen. So, jetzt habe ich genug gequatscht und gehe weiter an Jan-Peter. Vielen Dank, Markus, für die schöne Darstellung. Ja, wir bei der Prima, wir haben ja das Motto Nachhaltigkeit und auch noch die Ergänzung zu unserem bisherigen Fonds, haben wir gesagt, okay, wir wollen ganz gerne ein Risikoklasse-4-Mandat haben. Wir haben jetzt diesen ETF-Dachfonds seit Mitte letzten Jahres. Der Fonds wird jetzt mit einer Strategie Richtung Risikoklasse-4 gefahren. Genau dafür ist ja Markus Kaiser bekannt, dass er eben tatsächlich die Risiken in den Märkten sehr genau kontrolliert. Er hat das ja sehr weit ausgeführt, eben gerade, wie er das im Einzelnen macht. Und genau dafür haben wir jetzt das Mandat hier bei uns. Das Mandat ist schon etwas älter. Es ist schon 2013 aufgelegt worden. Und wenn man dann sich das Ergebnis anguckt, insgesamt knapp 60 Prozent seit Auflage. Und das Ziel, was wir hiermit verfolgen, diese 5,8 Prozent per anno seit Auflage, da ist es genau das Instrument, was wir Ihnen gerne da an die Hand geben wollen. Der andere Aspekt hierbei, der noch natürlich eine große Rolle spielt, ist halt auch die Tatsache, dass Sie, wenn Ihre Kunden Sie im Büro besuchen kommen und sagen, okay, ich möchte ganz gerne in ETFs investieren, dann haben Sie hier ein Instrument, wo Sie sagen können, okay, ETFs sind eine gute Idee, sind kostengünstige Idee, um in den breiten Markt zu gehen. Aber tatsächlich die Auswahl der passenden Instrumente, welche ETFs sollen es denn nun dann wirklich sein, das ist dann wieder eine Sache, die tatsächlich durch den Profi hier an der Stelle gemacht wird. Und auch das Thema Nachhaltigkeit ist ja bei ETFs kein so ganz leichtes. Sie haben auch gerade gesehen, wie viele Einzeltitel dann in einem ETF sich tatsächlich verbergen. Und damit ist es halt auch für uns gerade so, Sie wissen, Sie kriegen bei der Prima nachhaltige Portfolios. Noch ist es so, dass wir gerade hier mit dem Mandat dabei sind, genauso wie bei unserem Flaggschiff-Mandat, den Prima Global Challenges, nach dem Motto, you get what you see. Wir bauen jetzt ein vernünftiges, konsequentes Nachhaltigkeitskonzept auf. Wenn das Nachhaltigkeitskonzept steht, dann gehen wir von Artikel 6 in Richtung Artikel 8 mit diesem Mandat, mit dem Prima Global Challenges. Da haben wir dann auch den Impact, den wir dann genau messen können. Da gehen wir dann von 8 in Richtung 9. Also da seien Sie gespannt. Das wird sicherlich dann irgendwann Anfang nächsten Jahres entsprechend umgesetzt werden. Okay, soviel zur Performance. Dann sind dann nochmal hier die technischen Fonddetails. Finden Sie aber auch bei uns auf der Homepage. Jederzeit können Sie sich da die einzelnen Daten runterladen zu dem Fond. Ich gehe dann direkt weiter. Und bin jetzt schon bei meiner kleinen Überraschung, die ich Ihnen angekündigt hatte. Werden Sie Baumpate. Das ist das Motto, was Sie an Ihre Kunden rausgeben können. Und zwar folgendermaßen. Wir bei der Prima haben uns überlegt, okay, Baumpflanzen ist eine sinnvolle Sache. Wir machen das schon seit einiger Zeit. Durch Baumpflanzung können Sie deutlich CO2 reduzieren. Und für jeden Kunden, der in unsere Prima-Fonds investiert, können Sie das eben gezeigte Baumzertifikat erwerben. Und um einmal zu zeigen, was wir da wirklich machen, ist hier ein Bild von einem Waldgrundstück. Dort pflanzen wir Bäume. Und Sie sehen hier im Grunde den Dreiklang, den wir im deutschen Wald hatten. Das ist die Trockenheit. Das ist der Käfer. Das ist der Sturm gewesen. Fichtenwälder, die da ursprünglich nicht hingehören, sind dann tatsächlich vertrocknet beziehungsweise dann final abgeholzt worden. Und wir pflanzen hier Neubäume. Und zwar so, wie wir das am besten nach unserer Fassung machen können. Wir machen eine Wildlingspflanzung. Wildlingspflanzung heißt, wir kaufen keine Bäume in einer Baumschule, sondern wir gehen in das umliegende Areal und gewinnen da die genetisch angepassten, die heimischen Bäume und pflanzen hier einen naturnahen Mischwald. Also auch hier im Prinzip dieser Grundsatz, Diversifikation, Mischwald, ganz ähnlich wie bei einem ETF-Portfolio, viele verschiedene Bäume. Sie sehen oben links einmal ganz kurz ein Bergarhorn. Dann sehen Sie unten links, da wird gerade eine kleine Buche gepflanzt. Unten rechts ist es dann die kleine Eiche, die gepflanzt wird. Also ein Laubmischwald, den wir pflanzen, da können dann Ihre Kunden gerne von uns ein entsprechendes Zertifikat erhalten. Gut, hier nochmal unsere Kontaktdaten. Und dann würde ich jetzt direkt in die Fragerunde einsteigen und ein paar Fragen haben sich ergeben in dem Vortrag. Die würde ich jetzt direkt gerne dem Markus Kaiser stellen. Und zwar habe ich eine Frage bekommen, wie oft denn im Schnitt ein Rebalancing im Portfolio durchgeführt wird. Gibt es da so eine Schnittgröße, wo man sagen kann, durchschnittlich so und so ein starker Portfolioumschlag oder wie muss man sich das vorstellen? Kann man so grundsätzlich nicht festlegen, weil wir natürlich bei dem Publikumsfonds auch regelmäßig idealerweise Zuflüsse. In der Tat, seitdem wir mit der Prima jetzt zusammenarbeiten mit dem Fonds und der kommt ja jetzt so langsam, wir fangen ja eigentlich erst an in den Fokus, sind es dann eher Zuflüsse. Und in diesem Zuge, wenn dann Gelder neu anzulegen sind, nutzen wir das bereits dann eben auch für das Rebalancing. Also das war jetzt eher schematisch einfach dargestellt. Sollte es aber über eine Periode eben sehr, sehr starke Unterschiede geben, dass Märkte oder einzelne Märkte sehr stark steigen und andere deutlich zurückgeblieben sind, dann im Prinzip kann sich so ein Rebalancing auszahlen, weil man eben sehr, sehr günstig quasi in die zurückgebliebenen Märkte investiert und eben antizyklisch ja auch dann einfach mal Gewinne mitnimmt. Also es ist einfach Teil des Prozesses. Insgesamt muss ich sagen, solange die Trends intakt sind und Sie hatten es, glaube ich, auf dem einen Beispiel auch gesehen, des globalen Aktienindex, da war über Monate, über das ganze Jahr in diesem Jahr im Prinzip eigentlich der Trend stabil und dann passiert da auch nicht wahnsinnig viel. Also wir sind nicht darauf ausgerichtet, so kurzfristig zu handeln, dass wir Infra Day hin und her springen. Das Risiko gilt es natürlich immer im Blick zu haben, aber wenn mal Trends laufen, dann heißt es einfach auch dabei zu bleiben und das Rebalancing, wie gesagt, dann über Zu- und Abflüsse entsprechend immer mit im Blick zu haben. Eine Frage, die sich eigentlich noch da ein Stück weit anschließt mit der Antizyklik. Das war ja sehr deutlich zu sehen im Corona-Crash, dass ist der Markt ja deutlich runtergekommen und welcher Markt war im Grunde dann der Einstiegsmarkt, wo man dann im Corona-Crash wieder langsam in den Markt reingegangen ist? Ja, es war im Prinzip, war es ja weltweit, dass die Kurse eingebrochen sind, wobei die Schwellenländer seinerzeit nicht ganz so stark unter Druck gerieten, wie insbesondere die Industrieländer hier in Europa und Nordamerika. Und es lagen in der Tat eigentlich nur wenige Tage, man hat es gesehen, ganz wenige Tage zwischen diesem kompletten Verkauf aus dem Markt draußen zu sein, bis direkt die Antizyklik wieder angeschlagen hat. Wir haben ja auch eine einmalige Situation gehabt mit diesem starken V, wie man sagt, also so stark, so schnell, wie die Kurse abgestürzt sind. Das war ja ein Rekord in der Historie und genau der gleiche Rekord gab es eben auch nach oben hin. So schnell gab es in der Historie zuvor nie eine Erholung an den Aktienmärkten. Und da eben dann auf so eine Trendbestätigung zu warten, das kann dann im Zweifel schon relativ lange dauern. Und genau über einen solchen Moment kann sich diese Antizyklik dann auszahlen, wenn man in solche Extrempunkte kommt. Und ich sehe es eben genau in die andere Richtung auch, wenn wir diese Übertreibung, diese Euphorie in den Märkten haben, dann doch mal etwas vom Gaspedal zu gehen. Das ist im Prinzip dieser vermögensverwaltende Ansatz, den wir verfolgen. Gutes Stichwort, vermögensverwaltender Ansatz. Das ist ja genau das, was wir mit dem Mandat verfolgen. Das ist eben unsere Ergänzung in Risikoklasse 4. Dann ist noch eine Frage gekommen zu Nachhaltigkeit bei ETFs. Da hatten Sie ja schon ein Stück weit ausgeführt, dass wir deutlich mehr nachhaltige ETFs mittlerweile am Markt haben. Das heißt, dass damit eine wesentlich bessere Bespielung des Marktes jetzt möglich wird in Zukunft? Das Universum hat sich enorm, enorm entwickelt in den letzten zwei Jahren. Also man kann auch sagen, auch Corona hat hier viele zum Umdenken gebracht, ihre Portfolios tatsächlich auch zukünftig an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten. Und der ETF-Markt ist ja generell immer relativ schnell, auch wenn es darum geht, Trends, Themen aufzugreifen. Und so ist es nicht nur so, dass zum Teil neue Produkte auf den Markt gekommen sind, sondern einige Anbieter sind auch hingegangen und haben ihre klassischen Produkte inzwischen eben auf Nachhaltigkeitskriterien angepasst, also den zugrunde liegenden Index gewechselt, was natürlich den großen Vorteil hat, dass ein solches Produkt schon über entsprechendes Volumen verfügt und genau diese Kriterien auch erfüllen kann, die ich genannt hatte. Das Volumen da ist, dass man regelmäßiges Handels, ordentliche Handelsbedingungen bekommt, ordentliche Spreads und vor dem Hintergrund, ja, ist es für uns inzwischen vollumfänglich möglich, die Welt im Prinzip über nachhaltig ausgerichtete ETFs abzudecken. Gut, das sind soweit die Fragen gewesen, die vom Auditorium gestellt worden sind. Vielen Dank, Markus Kaiser, für die Ausführung und seien Sie gespannt, wir bei der Prima entwickeln das Mandat weiter in Richtung Artikel 8, in Richtung konsequenter Nachhaltigkeit und dann haben Sie eine entsprechende Ergänzung zu den anderen Mandaten bei uns im Haus Risikoklasse 4, abgesichert mit einem weltweit investierenden, nachhaltigen ETF-Portfolio dank Markus Kaiser. Dankeschön von meiner Seite, auf Wiederhören. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und vielleicht ganz kurz abschließend noch die Bäume pflanzen, wollen wir nicht vergessen. Da im Übrigen, Jan-Peter, müssen wir beiden auch mal zusammen in den Wald, denn ich als Fondsmanager bin natürlich in diesem Fonds auch investiert. Nur den Baum haben wir noch nicht gepflanzt, das machen wir nochmal. Das machen wir zusammen. Wunderbar, schönes Schlusswort. Dankeschön fürs Zuhören, eine gute Zeit. Bis dahin, auf Wiederhören.